hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir meine liebe cousine hat sich ja ein video gewünscht vielleicht habt ihr es gesehen da habe ich ja die kleine badezimmertour mit euch gemacht und euch meine ganzen schätze gezeigt und da hat sie in dem kommentar geschrieben was ich wohl mitnehmen würde wenn ich auf eine einsame insel fahren würde und ja auf eine einsame insel fahr ich nicht aber ich fahre in den urlaub und jetzt habe ich euch hier das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen ausgebreitet was ich dahin mitnehme also wenn euch das interessiert was ich hier so in meinen kleinen tischchen drin habe zum überleben im urlaub dann bleibt jetzt einfach ja ich fahre endlich in den urlaub ich konnte es kaum abwarten wohin egal das erzähle ich euch in einem späteren video aber es geht ja jetzt darum was ich dahin mitnehme und zwar fange ich an mit meinem shampoo was ich mitnehme ich habe jetzt hier die spülung von dessen das shampoo und das habe ich mir abgefüllt hier in diese kleinen fläschchen glaube ihr kennt das da gibt es immer solche reise sets und die nehme ich immer ganz gerne mit damit ich nicht immer hier so diese original größen mitnehmen muss und das reicht immer für den ganzen urlaub hier ist also das shampoo drin das werde ich noch beschriften hier ist zum beispiel drin hier dieses nie wäre der welcome sunshine das hatte ich euch ja schon mal in einem dm haul von mir gezeigt und das nehme ich mit dem also sensationell riechen und hier kommt dann noch mein pflegeprodukt rein beziehungsweise hier so meine gesichtsreinigung die ich ja leider hier drin abfüllen musste und ich finde die immer super praktisch weil es da drin auch diese kleinen döschen gibt weiß nicht wie viele milliliter da immer drin sind 20 oder so ich habe jetzt hier zum beispiel meine schärbutter meine selbstgemachte abgefüllt die ich auf jeden fall mitnehme da sind immer so drei so döschen drin und die werde ich auch noch alle voll machen das hier nehme ich jetzt um meine haare so ein bisschen zu befeuchten im urlaub und das finde ich immer super praktisch nimmt nicht viel platz weg und man muss nicht immer so eine original größe mitnehmen das zweite was ich mitnehme ist natürlich sonnenschutz der darf im urlaub nicht fehlen und da habe ich hier auch von dm von sundance einmal die sonnenmilch in 30 und einmal in 50 weil ich denke die werde ich wohl am anfang brauchen denn so braun bin ich jetzt nicht mehr ich nehme immer sehr gerne diese normale sonnenmilch ich mag nicht diese sprays und da sprüht man dann und verteilt das und dann kriegt man das nicht mehr richtig gesprüht weil man die finger fertig hat deswegen ich bin old school ich nehme sonnencreme mit und nach der sonnencreme am abend denke ich mal wird es auch am anfang etwas sonnenbrand geben und dafür habe ich mir hier von sundance die sos anti hautröte april lotion geholt mit mandelöl und kaktus feige das habe ich noch nicht benutzt das riecht aber auch ganz normal nach sonnencreme und mal gucken wie ich das vertrage aber ich denke mal zusammen mit meiner shea buttercreme hier werde ich das wohl einigermaßen in den griff bekommen und ich will mich ja auch nicht braten lassen das war jetzt zum thema sonnencreme für die haut aber ich habe natürlich mir auch ein produkt für die haare geholt weil die werden jetzt so kurz vorm urlaub noch mal nett gemacht damit ich die 14 tage die ich jetzt weg bin auch ruhe habe und vielleicht noch etwas heller ich muss mal sehen und da habe ich mir als sonnenschutz das balea sonnenschutz spray geholt ich habe das schon mal in einem urlaub mit gehabt das ist so eine zwei phasen lotion die muss man schütteln und dann kann man sich das so auf die haare sprühen entweder aufs trockene oder aufs feuchte das riecht auch ganz nett auch so nach kokos und sonnenmilch und das wird meine haare so über den tag vor dem salzwasser und der sonne schützen das macht einen schönen glanz in den haaren das kann man abends gut raus waschen und das wie gesagt habe ich schon mal für einen urlaub gekauft und finde ich eigentlich auch ganz toll deswegen geht das auch mit dann die ganzen natürlichen sachen die man ja so braucht augen make up entferner mein deo roller den ich mit fällt mir das hier schon alles um meine feuchtigkeitspflege da wisst ihr ja nämlich die von la roche poset die hydriane riche die darf nicht fehlen und zahnpasta natürlich auch nicht da nehme ich immer so ein kleines tübchen mit das reicht dann für die 14 tage und parfum nehme ich natürlich auch mit denn ich möchte ja im urlaub auch gut riechen und da habe ich mir nachgekauft mein lieblingsparfum von joe malone das myr und tonka ich liebe das ich habe das mal zum geburtstag geschenkt bekommen und hatte jetzt mit meiner douglas karte ein paar prozente und deswegen war das jetzt nicht ganz so teuer und was auch nicht fehlen darf ist auch mein absolut absolutes lieblingsparfum das ist von cherry mugler das angel muse da gibt es jetzt auch ein neues in pink aber ich habe es noch nicht entdeckt vielleicht habe ich ja glück am flughafen ich werde es mal sehen oder irgendwo in den urlaubsorten ich werde mal schauen und es ausprobieren aber dieses liebe ich und werde ich auch jeden tag darauf angesprochen wie gut das an mir riecht deswegen muss das auch ich habe zum beispiel hier dieses kleine täschchen mir vorbereitet da waren hier diese fläschchen drin ich mag das diese tütchen weil die kann man nämlich auch hinterher wegwerfen die muss man nicht wieder mit nach hause nehmen und da sind meine abschminkpads drin ein paar q-tips und natürlich auch ein kleiner rasierer der ist jetzt auch ganz neu der ist nämlich auch so schön klein das finde ich so super und zwar von balea die fantastik klingen rasierer da habe ich mir auch direkt noch die ersatz klingen geholt finde ich super dass die hier so eingepackt sind in solchen schutz häubchen ich habe die jetzt noch nicht aufgemacht ja die sind hier dann so eingepackt so dass nichts passieren kann und das muss natürlich auch mit weil ab und zu mädels wisst ihr ja müssen auch die haare runter egal wie gut man sich vorher vorbereitet hat und nach dem rasieren ist natürlich auch wichtig habt ihr vielleicht auch schon in einem video gesehen was ich gedreht habe und zwar schwöre ich auf dieses grapefruit kernextrakt das hinterher in verbindung hier mit meiner shea buttercreme oder irgendeiner anderen body lotion da macht ihr ein paar tröpfchen rein nach dem rasieren cremt euch die stellen dann damit ein und ich schwöre euch ihr habt nie wieder rasur brand ich habe immer diese schrecklichen hässlichen pickelchen danach nach dem rasieren und seitdem ich das nehme jetzt schon über ein halbes jahr habe ich nichts mehr danach das macht man so ein paar mal nach dem rasieren am besten abends macht man ja sowieso nach dem duschen dann im urlaub immer wieder mal ein bisschen aufgetragen ein zwei drei mal und man hat ruhe und nie wieder diese lästigen roten pickelchen es gibt nichts schlimmeres wenn man badeanzug oder ein bikini an hat und man sieht oh gott die frau die hat sich rasiert naja egal aber das möchte ich euch ans herz legen grepefurt kernextrakt von der firma aurica geht auch immer mit egal wohin ich gehe so und jetzt komme ich hier zu meinem überlebens paket ihr seht das ist eine ziemlich große tasche und meine cousine wie gesagt wollte wissen was ich unbedingt zum überleben mitnehmen muss von meinen ganzen schminksachen die ich ja leider so in meinem badezimmer über die ganzen jahre gesammelt habe ich muss aber auch noch dazu sagen wenn ihr euch wundert dass ich so viel davon habe make up ist mein hobby und andere haben auch hobbys ob sie basteln ob sie teddybären sammeln puppen autos was auch immer hobbys sind nun mal immer kostspielig die meisten jedenfalls und es sammelt sich einfach viel zu viel an im laufe der jahre und viele produkte habe ich wirklich schon viele viele jahre natürlich sind durch youtube jetzt ein paar mehr dazugekommen das ist auch klar sonst könnte ich ja nicht immer videos drehen ich kann ja nicht immer nur hunderttausend mal was von einem produkt erzählen das wäre ja auch langweilig für euch also hat sich auch im laufe der zeit ein bisschen was bei mir angesammelt kommen wir zurück zu diesem inhalt von diesem täschchen ich habe eingepackt ich fange jetzt einfach mal an zwei von meinen lieblings mascaras einmal hier die l'oreal paradise extatic die habt ihr in meinem letzten film schon im vergleich gesehen und da habe ich mir hier es sieht auch schön aus die verpackung die geschichte in wasser fest geholt und was natürlich auch nicht fehlen darf das ist einfach meine charlotte tilbury die volume lashes 2 mascara auch ein überlebensding von mir weiterhin habe ich eingepackt das ist eine neue geschichte die habe ich jetzt schon ein paar tage ausprobiert mag das sehr gerne das ist hier von catrice der brow colorist das soll angeblich innerhalb von zwei wochen die augenbrauen einfärben wenn man das aufträgt und dann vier tage halten ehrlich gesagt finde ich das aber quatsch aber dieses augenprodukt ist hier wie alle anderen mit so einem kleinen spoolie aber wenn ich mir damit über die augenbrauen fahre finde ich das produkt sehr ansprechend und deswegen geht das auch mit in den urlaub ob das jetzt die haare färbt oder nicht ist mir latte aber meine augenbrauen sehen hinterher gut aus als zweites augenbrauen produkt habe ich hier was ganz neues das würde ich ganz gerne mal im urlaub austesten ich habe es auch heute drauf ich glaube es ist ein ticken zu dunkel aber das ist von divaderm der brow extender 2 das ist ein augenbrauen produkt hier in so einer glasflasche und da drin sind solche fasern ich weiß nicht ob ich euch das zeigen kann vielleicht habe ich dir auch eine nummer zu dunkel gewählt könnt ihr das sehen hier diese kleinen fasern und die legen sich an die augenbrauen und lassen sie ganz natürlich werden habe ich mir auch bei douglas bestellt weil ich wie gesagt 15 prozent auf diesen einkauf bekommen habe und dann habe ich gedacht kann ich ein paar euro sparen und deswegen habe ich mir das mitgenommen einfach um es im urlaub auszuprobieren dann geht es weiter ich habe jetzt mit den augenbrauen und den wimpern angefangen dann mache ich jetzt mit dem lidschatten weiter und zwar nehme ich damit meine benefit peak a bright eyes meine absolute lieblings palette so vielseitig ihr seht da ist auch schon hit the pen und die muss in jeden urlaub mit weil damit kann man sich die augen natürlich dramatisch oder wie auch immer schminken ich liebe sie einfach und als zweites auch ein relativ neues produkt was ich gerade habe das ist die dior backstage palette die liebe ich einfach auch weil die einfach so super mega schöne lila farben hat mit highlighter und glänzend und ich glaube dass das in verbindung mit der einfach toll am abend wenn man ein bisschen gebräuntes aussehen wird so äuglein sind soweit fertig ah nein wir gehen eine etage tiefer und zwar nehme ich auch noch mit mein it cosmetics bye bye under eye concealer und den becker brightening korrektor für ein bisschen glow am abend hier so im augenbereich und den concealer natürlich falls ich doch mal dunklere schatten unter den augen haben soll ich kann das ja mischen hier mit meinen catrice drops die gehen auf jeden fall auch mit und dann habe ich noch als foundation gewählt einmal meine hydriane bb cream so für den alltag als tagespflege die ein bisschen getönt ist und meine absolute favorite foundation das ist auch von la roche poset die tolleria in der farbe 13 die meine überlebensgeschichten weiter geht's nach der foundation etwas purer oder bronzer und da nehme ich ganz einfach mit einmal von laura geller den mineral powder das ist ja die baked balance and brighten foundation in ten das kann ich sowohl dann als puder nehmen um nicht so ganz zu glänzen oder eben auch als bronzer und die mag ich ganz gerne hat so eine farbe ich versuche die jetzt mal hier zu swatchen aber ich glaube das wird mir nicht so ganz gelingen hier hat einen natürlichen farbton und deswegen geht die mit als puder und als bronzer und als zweites habe ich noch von nude by nature hallo da seht ihr mich wieder und zwar die flawless pressed powder foundation in der farbe chocolate ist auch etwas dunkler ist matt mit so einem ganz leichten satinierten schimmer drin und ich denke wenn ich etwas gebräunt bin in ein paar tagen dann wird das auch super als bronzer oder foundation ersatz funktionieren nach der ganzen foundation und bronzer geschichte darf das rouge natürlich am abend auch nicht fehlen und da muss auch einfach mit mein benefit galifornia für frische im gesicht ich liebe die einfach die ist auch so schön vielseitig die passt sich dem ton an meist es pinker meist es rosaner also ich liebe die und auch von it cosmetics und zwar die farbe sugarplum die sieht so aus die ist auch einfach der burner mit diesem ombre effekt der da drin ist den kann man jetzt nicht mehr so gut sehen aber dieser blush ist einfach so schön auch vielseitig kann man leider jetzt hier nicht so ganz genau sehen aber wenn man gebräunt ist sieht das auch mega toll aus es ist der highlighter direkt mit eingebaut also wieder ein zwei in eins produkt deswegen geht das auch mit ja mädels das wären jetzt so meine make up produkte die ich mitnehme aber das allerwichtigste was sie natürlich mitnehme das sind meine pinsel die dürfen bei mir auch in keinem urlaub fehlen und da muss ich jetzt leider ein bisschen näher drauf eingehen deswegen tue ich jetzt das täschchen hier mal weg und zwar geht mit für die puder foundation hier von nude by nature der passende pinsel für diese foundation dann hatte ich euch auch schon in einem anderen video erzählt habe ich mir hier von real techniques diese reise setz geholt mit diesen kurzen pinseln da geht auch der puder pinsel mit den ich aber als rouge pinsel benutze dann hier zum konturieren nehme ich mit die sculpting brush ich habe hier noch so ein kleines täschchen von so eva da müssten auch noch drin sein so musste ich mal eben sortieren entschuldigung also die real techniques pinsel dann geht mit für den bronzer und für den blush noch hier so ein reise pinsel auch von der laura geller den ich sehr gerne mag und dann kommen wir schon zu den ganzen augen pinseln die ich mitnehmen werde und zwar habe ich mir hier von so eva da gab es ein reise set zu kaufen das ist hier in so einem kleinen täschchen drin mit augen pinseln und einem concealer pinsel und dieses set nehme ich auf jeden fall mit weil es auch wieder nicht viel platz wegnimmt im gegensatz hier zu der original größe ja dann doch etwas mehr platz braucht und da ist drin einmal hier so ein kleiner augenbrauen pinsel dann ein concealer pinsel den ich aber auch gut hier so als shader brush nehmen kann dann ein kleiner luxe crease brush also ein blender pinsel für die lid falte und ein kleiner lidschatten pinsel das ist der luxe smoky shader der in diesem set drin war so dann geht auch noch mit natürlich mein lieblings pinsel mein luxe defining crease brush der darf nicht fehlen und hier mein kleiner pinsel von catrice der smoky eye pencil den es ja aber leider nicht mehr gibt dann ein pinsel der gehört zu den ersten pinseln die ich überhaupt jemals in meinem leben besessen habe den habe ich nämlich mal von meinem opa bekommen vor über 30 jahren und das ist so ein ganz kleiner aber mit dem kann man so super toll lidschatten aufgeben und deswegen muss der auch mit und verblenden und den habe ich wie gesagt schon so lange und so gut gepflegt ich habe keine ahnung woher er ihn hatte aber er hat ihn mir vererbt und das ist wie gesagt mein allererster schmink pinsel dann geht natürlich mit für meine augenbrauen ein spoolie und der 227 lidschatten pinsel von so eva noch ein paar blender pinsel einen großen und ein klein hier von real technics und ein klein und dann auch noch mal ein lidschatten pinsel ich muss das eben einfach immer so in meinem urlaub haben ohne kann ich natürlich einfach nicht wenn ich ja mal sehen was ich davon alles verwenden werde red mich schon wieder um kopf und krank und was aber auch nicht fehlen darf ist ein kleiner vergrößerungsspiegel beziehungsweise meine schminkbrille da weiß ich noch nicht genau welche ich mitnehme und eine ganz stinknormale augenbrauen pinzette samt einer nagelschere und einer nagelfeile weil man kann ja nie wissen was einem da so unterwegs alles passiert ihr denkt jetzt das ist viel zeug andere nehmen vielleicht nur ein deo roller mit aber ja so bin ich nun mal und ich muss das eben einfach immer alles bei mir haben das ist jetzt erst mal so meine grobe auswahl vielleicht fliegt das ein oder andere auch noch raus und ich weiß auch dass ich im urlaub davon nicht immer alles verwenden werde wie gesagt mein überlebenspack was ich euch jetzt mal vorgestellt habe und was ich sonst noch so alles mit in den urlaub nehmen auf den ich mich schon wie bolle freue ich habe dieses video natürlich schon ein paar tage vorher gedreht aber ihr werdet es jetzt erst an meinem ersten urlaubstag sehen sozusagen und es wird aber leider die nächsten 14 tage keine videos von mir geben bitte seid mir da nicht böse aber ihr wisst ja ich gehe auch ganz normal arbeiten und habe jetzt mit den ganzen urlaubsvorbereitungen noch so viel zu tun dass ich keine zeit habe jetzt noch mal eben schnell 45 videos hintereinander zu drehen außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen finde ich das doof videos so weit im voraus zu drehen mag sein dass die ganzen profis das ja auch hier alle so machen dass sie vielleicht dann mehr zeit haben aber ich mache meine videos sehr gerne zeitnah und aktuell um einfach da authentisch zu bleiben und ja deswegen werdet ihr leider die 14 tage auf mich verzichten müssen ich hoffe ich habe dadurch keine einbußen und ihr freut euch wenn ich dann wieder da bin ihr werdet es dann sehen ich werde es euch zeigen vielleicht zeige ich euch auch ein paar sequenzen aus meinem urlaub das muss ich auch mal sehen ich hoffe ihr bleibt mir trotzdem treu auch wenn ich einfach mal in den urlaub gehe und wir sehen uns dann in 14 tagen wieder also bis dann tschüss und alle die auch in den urlaub fahren denen wünsche ich auch einen schönen urlaub und alle daheim gebliebenen trotzdem ein paar ruhige tage tschüss eure nicole ja 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 ja